Okay, die hacken alle auf einen. Das sieht gut aus. Hackt sein... Hack, 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 hack. Yeah, und jetzt haut sein... Au, au. So, letztes Mal ein Chat gecrashed. Gewonnen! Oh, guck mal, hier ist so ein Loch. Da können wir auf jeden Fall vernünftig jagen. So ein Loch. So ein Bau halt. Wie viele Werkzeuge haben wir denn noch? Ach, wir haben doch noch vier. Das war alles cool. Wow, Bauernhof. Also da ist ganz schön viel Holz dran, ne? Dafür der Kassus kein Holz gebraucht hat. Bin mal gespannt, ob hier was geht oder nicht oder wie auch immer. Oh, und die dritte Zigilfarm. Zieglerei ist fertig, cool. Und das kostet mich alles wieder Werkzeug. Ja, scheiße. So, hast du hier überhaupt was zum Jagen? Jagst du Kamele vielleicht? Was brauch... Ach, das produziert direkt Fleisch. Ja, cool. Vollgas. Wolltest du nicht Fleisch haben? Und schon arbeitet das Ding hier wieder. Da raucht's aber. Alter, raucht ihr da drin? Komm, bring Holz. Das tut sich irgendwie immer noch nix, ne? Gut. Der Bauernhof braucht Wasser. Okay, das ist ja auch mal interessant, ne? Normal braucht Bauernhof gar nix. Heißt aber auch, wir brauchen wahrscheinlich gleich den nächsten Brunnen. Mach den mal... Hey, hier ist doch noch Platz. Der kostet zwei Leben, okay? Milch, Käse, Salz. Produziert von Salzbergberg. Ja, brauche ich für... Schauen wir mal. Warum ist Hitler 4 verboten? Oh, das würde jetzt zu weit führen. Das, ja. Lass mal das. Ein Schiff. Was muss ich tun, dass du diese Route fährst? Nichts. Okay. Die Ägypter sind dann also sozusagen die Zerg der Siedler. Masse statt klasse. Was ist mit euch los? Hat sie was umsonst? Leute, was ist mit euch los? Wir müssen ein Lagerhaus da drüben bauen. Das ist wichtig. Mit dem Weg hier weg. Das mache ich mal so und... Ja, mal schauen. Gefällt mir eigentlich noch nicht. Der Lucius ist noch neu. Der wird schon noch drauf kommen, warum Siedler 5 scheiße ist. Im schlimmsten Fall, wenn er selber spielt. Ich soll doch eh Lager bauen, ne? Kleine Pyramide. Und wenn du vier Lagerhäuser baust. Ja, also. Zwei haben wir schon. Ich werde es verbrennen, wenn ich irgendein... Good boy. So, jetzt sollte ich hier schon ein bisschen aufpassen. Jetzt bauen wir hier mal größere Militärgebäude. Denn jetzt sind wir ja schon nah am Gegner dran. Kommen wir über den Berg. Natürlich nichts. Okay, Luca. Das sind die allercoolsten, ne? Die sich die Nicknamen geben, aber so nicht angesprochen werden... Wollen... Möchten, ja? Wie ich zum Beispiel. Sag bloß nicht Soccer Lounge zu mir, sonst kriege ich die Grätze. Zocki. Zocki. Loungei. Ja, doch hat was. Ich bin schon müde. Wer von euch muss eigentlich morgen arbeiten? Also, so wie ich. Wer hat Brückentag, ne? Wer hat frei von euch? Sagt mal. Wen muss ich hassen? Okay, das mit dem Zocker Lounge richtig schreiben, üben wir nochmal. Jetzt wirst du verniedlicht, Patrick, ja. Kacke. Ich habe Ferien. Alter, okay. Sonnenschein, es hat frei. Jetzt geht es mir gleich besser nicht. Wie komme ich denn? Ich habe doch hier... Wie komme ich denn? Da war doch irgendwas mit Fader mit Boot runter. Nebensziele, nutze die Schiffe nicht mehr. Schottische Opferung, nutze die Schiffe nicht mehr. Das heißt, ich muss ja da irgendwie rüberkommen. Hier könnte es funktionieren. Okay. Ist mir gerade recht, dass ich keine Förster habe. Ich ruhe den ganzen Scheiß hier weg. Hier würde sich doch auch schon fast irgendwo ein Lager anbieten. Mach's hier hin. Ist das jetzt hier mein Gegner oder ist das jetzt hier mein Verbündeter? Das ist echt die Frage. Ich kann... Warte mal, ich kann... Das ist mein Verbündeter. Das muss ich auch irgendwo anders sehen. Freundlich. Hey, was ist das für ein Fail? Also, Geribald, der Bayou-Ware, hat ein... Nee, stimmt nicht. Da laufen Bayou-Waren rum. Aber die gibt... Warte mal, das sind doch schon... Nee, Blödsinn. Es sind Bayou-Wareische Gebäude. Okay, alles klar. Ist mit mir verbündet. Okay. Jetzt habe ich es kapiert. Wahnsinn. Was ist ein Geologe? Oh, ich habe Geologen. Apropos Geologen. Wie soll ich nochmal nochmal... Luca? War es Luca? Lucio? Luca? Er ist 14. Habe ich schon mitbekommen. Kann sich mit unserem Kami zusammentun. Und mit unserem Mega-Block? Und beide zusammen sind immer noch jünger wie ich. Scheiße, da hat er recht. Ach. Oh nee. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Jetzt geht's mir echt scheiße. Soll ich hier runter expandieren? Ja, unbedingt. Wir werden ja unser Schiff offensichtlich wieder verlieren. Wir können... Wir sollten hier oben auch Lehm produzieren. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich keine Werkzeuge mehr habe, ne? Ausgemacht. Eh klar. Null. Scheiße. Also hier der Jäger, der... Töte sofort den Hasen vor deiner Haustür. Tu es sofort. Das geht ja mal gar nicht. Weil es sind meine Söhne hier dabei. Oh nee, das dauert noch ein bisschen. Hoffe ich. Und wenn, dann spülen die mit. Mein Großer wird übrigens am Samstag, also übermorgen, fünf. Voll cool. Papa, kann ich diesen Lego-Zug zum Geburtstag haben? Okay. Was kostet der denn? Äh, 200 Euro. Okay, so ein... Alter. Darf ich sonst noch was haben? Nein. Nein. Hier würde sich doch ein Aussichtszum anbieten, aber... Aber, aber... Ich kann in der Wüste offensichtlich nicht bauen. Nicht mal als Ägypter. Okay, wir könnten jetzt mal ein bisschen Kohle abbauen. Ich glaube, das macht Sinn. Mindestens mal eine Mine. Wenn wir jetzt auch irgendwo Eisen finden würden, vielleicht. Garantiert ist es hier. Und was macht eigentlich unser Bauernhof? Wow. Einfeld, ehrlich? Ist das alles? Du bist schon eine arme Sau. Also grundflächenmäßig. Aber das ist ja dann hier auch nicht besser, ne? Ein bisschen vielleicht. Kann ich ja gefahrlos auch hier einen Weg hinbauen. Kann der eh nix anpflanzen. Kann der eh nix anpflanzen. Und was brauchen wir noch? Eine Ziegenzucht. Auch in die Wüste rein. Und die braucht bestimmt Wasser. Ach kacke, ich hab gar kein Werkzeug. Was mach ich denn hier? Hör auf damit. Baut das nicht. Lass das. Yippee. 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 Aufbruch der Senioren. Komm, wir werden das doch hier irgendwo verbunden kriegen. Da kommen wir doch vielleicht mit einem epischen Weg über den Berg. Wer weiß das schon. Oh, also eigentlich hasse ich ja Wege bauen. Habe ich schon mal erwähnt, wie ich Wege bauen hasse? Warum habe ich hier ein Wacht? Achso. Weil das voll schlau war, da ein Wachtturm zu bauen. Noch so ein geiler Weg, aber immerhin verbunden. Katapulte? Nö, lass mal. Keine Steine. Jemand bereitet eine Opferung vor. Piratenkapitän. Toll. Ja, hier Garibald, du kannst es doch schon angreifen. Naja, kannst du nicht, ne? Ich soll Burgen bauen. Kann man hier irgendwo eine Burg bauen? Ja. Ja. Was kostet denn eine Burg? Leben und Steine. Haben wir wenigstens Steine? Auch nicht so wirklich, ne? Ich glaube, es geht gerade mein Schiff down. Okay. War mal nice. Wo kriege ich noch Steine hier? Das ist halt auch nicht mehr so... Nicht so pralle und hier oben ist... Lass mich raten, dir fehlt Werkzeug. Ich sollte jetzt mal gucken. Ich brauche diesen Fisch nicht. Jetzt findet man mal raus, ob das... Jemand hat geschrieben, ich muss den Fischer nicht abreißen, um Werkzeug zu kriegen. Ich muss hier nur pausieren. Und er geht zurück und legt sein Werkzeug ab. Jetzt bin ich gespannt. Hallo? Okay, gehst du zurück? Irgendwie nicht, ne? Was ist falsch, Patrick? Was, Rux? Muss ich den Fischer abreißen? Ich brauche Werkzeug. Leute, ich brauche Werkzeug. Ich reiße auch den Bauernhof hier wieder ab, weil... Völlig für den Arsch. War ein Test. Komm, gib deine Sense frei. Rux, was ist falsch? Guck mal, setzen wir mal dich hier an den Jäger auf Stopp. Gibst du dein Werkzeug frei? Verlässt du das Gebäude? Also, der Fischer müsste jetzt draußen sein. Das müssten wir doch jetzt sehen, dass hier... Nee, das funktioniert nicht. Und zwar schon mehrmals und penetrant. Das stimmt nicht. So, weg mit dir. Genau, und jetzt kommst du erst raus. Irgendwo hat ein Geologe Eisen entdeckt. Na, endlich. Was haben wir hier? Stein. Brauchen wir auch alles? Granit. Ah, Gesundheit. So, ich baue jetzt einfach mal hier ein Eisenbergwerk hin. Aufgedacht. Wird schon passen. Yippee! Yippee! Danke an den Chat übrigens. Gesundheit? Also, ich meine, hier müsste ich doch einen Weg rüber bauen können, aber... Aber, aber, aber... Gut, hier müssten wir... Halt irgendwo... Also, dass das nicht geht, ist doch komisch. Wenn hier eine Fahne steht... Gibt nicht. Und von hier... Vielleicht soll ich mir mal das Opferungsthema angucken. Boht mir mal das. So, wichtig wäre mir, dass die Kohlemine besetzt wird. Dafür reiße ich auch nochmal die Lehmproduktion hier weg, notfalls. Die läuft wenigstens. Der Holzfäller ist... Guck mal, die können wir auch abreißen. Wir benötigen mehr Soldaten. Das ist hier alles voll besetzt. Wie sind die eingestellt? Oh je, wo geht das überhaupt? Militärwirtschaft. Dann mach doch hier mal... So, das müsst ihr doch vielleicht Militär freigeben. Tut's auch. Da ist gar keiner drin. Dumm wie dumm. Ohne Witz. Hier passiert mir zu wenig. Aber geile Musik. Wie immer halt. Siedler-typisch. Was? Eine Opferung wurde verbracht? Fluch der Meerjungfrau? Ist das alt? Noch fährt ein Schiff. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwie rum? Aha. Fuck, fast. Okay, also hier könnte... Dreck. Es muss irgendwie gehen. So, und das war wieder mein Schiff. Das ging diesmal schnell. Ist die Festung fertig? Ja. Wir könnten ja hier schon mal Militärgebäude bauen. Keine Ahnung. Irgendwas muss ich doch mal tun. Schlosserei. Das gehört eigentlich alles hier hoch. Also wir haben ja jetzt hier Eisen. Wir brauchen auf jeden Fall dann... ...ne Eisenschmelze. Und wir brauchen eine Schlosserei. Weil wir müssen ja erstmal Werkzeuge her... ...wovon wir überhaupt an Militär denken können. Wenn ich den Weg hier weg mache... ...und lieber so verbinde. Kein Plan. So, und hier hätten wir dann auch noch mal Kohle. Kohle. Opferungsstätte fertiggestellt. Okay, was geht hier? Liturgie des Försters. Durch diese Opferung lassen sich Baumstämme erzeugen. Dieses ist ratsam, wenn du deinen Baumengpass hast... ...oder keine Bäume mehr fütbar sind. Freu nicht. Für die Fertigstellung. Was haben die Magie der unbeständigen Felsen? Durch die Opferung lassen sich bestimmte Felsen... ...zu Staub zermahlen. Wie geht die vorher von ein... Aha! Kostet zwei Werkzeuge. Ugh. Okay. Bestimmt solche Felsen hier. Oder diesen hier. Nicht unbedingt an diesen hier. Dann brauche ich sie auch nicht mehr für... Wobei, vielleicht können wir die auch wegsprengen. Doch, komm, dann verbinden wir das noch. Und ihr habt jetzt hier natürlich... Was brauchst denn du? Scheiße, Käse? Ich habe keinen Käse. Aber ich hatte... Oh, oh. Habe ich wenigstens ein bisschen Kohle und Eisen? Kohle. Oh, leck. Ja, weil... Wie komme ich denn sonst noch an Kohle? Das mit dem Opfern, das wird auch nichts. Das hätten wir eigentlich direkt wieder... Kann man nicht abbrechen, gell? Doch, kann man. Durch nämlich Spahn. Ich habe die Werkzeuge nicht. Wird bereits abgebrochen. Wie läuft das jetzt? Oh, warum läuft mir die Teche runter? Ja, gut, hilft ja nichts. Also, dann müssten wir ja das dann auch noch irgendwie hingekriegen. Komm. Baut die Dinger. Und wir gucken, dass wir es ans Laufen bringen. Dann brauchen wir eine Bäckerei, die benötigt... Halt, nicht so. So, ihr brauchst... Produziert Ziegen. Brauchst du überhaupt Getreide? Was würde es noch geben? Nix. Käserei. Was habe ich gebaut? Was habe ich gebaut? Bäckerei? Äh, Alarm? Oh, oh. Alter, hat der eine Steinschleuder? Oh, und der hat ein ziemlich großes Schwert. Und ich habe hier nur drei stehen. Da habe ich noch Bogenschützen dabei, offensichtlich. Okay, die hacken alle auf einen. Das sieht gut aus. Hackt sein... Hack, 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 hack. Yeah, und jetzt haut sein... Au, au. So, letztes Mal ein Chat gecrasht. Gewonnen! Geil, wie viele Uhr es sind. Okay, wir sind eh fast am Ende. Äh, Twitch-Chat sehe ich noch. Alle anderen nicht mehr. Gut. Dann haben wir das verbunden. Das ist schön. Das wissen wir jetzt, wie wir das wegkriegen später mal. Aber jetzt nochmal. Kann ich vielleicht mir irgendwie... Kohle herzaubern? Müssen wir nicht mittlerweile auch Lehm-Üpe haben? Hammer auf. Steine sind das Problem. Also müssen wir eigentlich auch irgendwie einen Granitberg weg ans Laufen kriegen. Hier, Geologe, du kannst mal wieder gehen. Machen wir Werkzeug frei. Ein Boot fährt schon wieder. Die Steine kommen. Die auch. Die liegen bestimmt schon hier. Ja. Kacke, kacke, kacke. Echt. So, du wirst schon fertig. Du wirst auch fertig. Äh, Bäckerei habe ich gebaut. War wohl falsch. Richtig wäre... Käserei gewesen. Gold haben wir nicht. Schmiede. Nein. Bitte sag, dass die Steine angekommen sind. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bist du besetzt? Ja, bringt mir noch nichts, ne? Die Salzmine verbraucht die ganze Zeit... Brot und Fleisch. Halt mal, Fleisch kriegen wir doch. Also wir produzieren definitiv Nahrung. So, jetzt können wir das hier verbinden. Weil den Jäger habe ich stehen lassen. Du wirst es hier immer... Tiere... Sei denn der Holzfäller. Gut. Sollte man den vielleicht auch abreißen? So ein paar Bäume. Ich stehe nicht, dass die Tiere dann weg sind. Was macht ihr? Hallo? Rentner? Rentnerausflug oder was? Ernsthaft? Alter. Alter. Fett die Keule rausgeschnitzt. Möchte ich hier überhaupt noch expandieren? Ja, warum nicht? Das kann ich ohne Werkzeug tun. Das ist nicht schlimm. So, ihr habt hier nur Bogenschützen drin. Also hier soll auf jeden Fall... Nahkämpfer? Nein, nein, nein. Hier hätte ich auf jeden Fall auch gerne Fernkämpfer. Und hier hätte ich gerne Nahkämpfer. Passt so. Alles gut. Wahnsinn. Die Schlosserei ist fertig. Habe ich irgendwo Werkzeug? Waren. Falsch, falsch. Inventar. Nop. Minus 16. Eisenbergwerk. Du bist nicht besetzt. Ich sehe nicht, was du Nahrungs brauchst. Steinbergwerk. Auch nicht besetzt. Tja, jetzt geht's fröhliche Abreisen los. So. Erstmal hier. Diese Mine. Weg damit. Dann. Du machst... Brot... Ja, aber eine Mühle gibt's doch gar nicht, oder? Benötigt Getreide und Ziegen. Aha, und du brötest Salz. Okay, und das haben wir aber jetzt in rauen Mengen. Naja, rauen Mengen ist gut. Okay, ihr produziert beide Nahrung. Ich kann euch also stehen lassen. Okay, Leute, es ist 23.30 Uhr. Das heißt, das war's für heute. Das war's auch für diese Woche. Sonntag, wie gesagt, diesmal kein Siedler. 4-Stream. Kindergeburtstag und so. Und, ähm, wir sind einfach zu den YouTube-Folgen zu weit voraus. Stream-technisch. Und dazu kommt, dass ich noch dringend, ähm, einen Kinowerbespot fertig kriegen muss. Ganz dringend. Den muss ich diese Woche noch abgeben. Und ja, daher wieder nächsten Dienstag, Siedler 6. Das ist ja auch grad ganz spannend. Der Bauernhof ist auch nicht besetzt, ne? Scheiße. Und dann gucken wir mal dann hier nächsten Donnerstag, wie wir hier Werkzeuge zusammen glauben. Wo kommt ihr hier raus? Die Käserei ist besetzt, coolerweise. So, wer braucht Käse? Sag bitte, dass du da oben Käse brauchst. Okay. Also, unsere Kohleproduktion läuft gerade an. Cool. Also, liebe Zockerlauncher, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao. Ciao.